Kultur ist halt dazu da, um die Leute auch zusammenzuführen. Oh, das ist aber lieb. Das ist doch geil, wenn es einen Förderverein für Propeller ist. Moin! Ja, machen wir. Jetzt sind wir den Weg 2 reingelaufen, wir waren schon um neun hier. Ach, Dachro. 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 Moin! Na, das sind groß geworden. Ja, wir müssen doch gucken. Ja. Haben wir, oder? Dinos kommt nicht dafür. Ja, aber Werner auch was schafft, weiß er nicht. Stimmt, ach doch, Herr Ores. Hast du schon einen Kaffee? Ja, das steht da drin. Geil. Das ist ja unglücklich. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier sind auch noch gekochte Eier, ne? Ach du, ernst ist nicht. Gott sei Dank. Würstchen kommt auch noch. Was? Würstchen? Alter. Ja. Aber auch mit Würstchen. Aber nur ne Frage, und dann keine Nutelle und Geschichte mehr? Ja. Schönen guten Tag. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich glaube, die acht Mexikaner, die du vorher getrunken hast, mein Freund, die war das Problem. Wie, wie, oh, 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 oh. Ich bin der Jan T. Ich bin 38 Jahre alt und ich bin Veranstaltungskaufmann bzw. Betriebsleiter aus dem Amadeus. Ey, Jan T. habe ich für einfach Kultur so original zweimal gesehen. Jan T. hat eine krasse Energie für Projekte. So, wenn er sich was in den Kopf setzt, läuft Jan T. los und macht. Lustiger Kerl, bisschen Spezialagent, aber wir sind ja alle Spezialagenten. Meine Erinnerung geht so weit zurück, dass wir auf MPA auf dem Gelände, oder Teno, wie sie jetzt heißen, auf dem Gelände hat der Tammo einen Livestream gestartet, Open Air, mit einigen DJs aus Oldenburg. Da war ich auch eingeladen. Und da war diese Bühne. Und nach diesem Livestream kam Tammo oder Tammo mir Matze nochmal vorgestellt, obwohl ich Matze schon länger kannte. Das war ganz lustig. Und da sind wir eigentlich so das erste Mal in den Dialog gegangen, dass wir gesagt haben, hey, wir haben eine Bühne, wir haben eine Fläche, lass uns lieber spielen. Egal wie, egal wie lange, erst mal so. Was mich an Matze fasziniert ist, dass der irgendwann mal angefangen hat mit einem Projekt, das geschafft hat erfolgreich zu machen mit etwas, wofür er eine Leidenschaft hat und das so lange durchgezogen hat, bis er jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung auf einem Status angelangt ist, wo er einen Job macht, auf den er Bock hat und trotzdem sich Familie und Freizeit richtig geil gestalten kann. Das ist faszinierend, dass es jemand so kann. Das würde ich auch gerne irgendwann. Ja, ich bin Matze von Teno Veranstaltungstechnik und bin Geschäftsführer von meiner jetzigen Firma, die ich mit Tammo zusammen betreibe. Ja, also wir waren ja sowohl quasi Gastgeber, weil uns das Gelände gehörte und dadurch waren wir auch natürlich dann gleichzeitig Technikdienstleister und wir haben es ja auch quasi mit initiiert, weil wir sechs Wochen vorher oder fünf Wochen vorher diese Aktion mit dem Livestream hatten. Und da diese Bühne aufgebaut hatten und haben uns überlegt, okay, wenn wir die Bühne langfristig vielleicht auch über den Sommer stehen lassen können, vielleicht kann man was Neues starten mit Bands, mit Kunst, Kultur. So, und dann sind wir aus diesem Gespräch rausgegangen und dann habe ich so ein bisschen Kopfkino gehabt. Okay, wie kann man es bespielen? Mit wem habe ich da Bock drauf? Und dann war ich ganz schnell bei Yannick. Ja, und dann habe ich ihn angerufen wegen dem Kneipenquiz, weil ich mir das gleich schon vorgestellt habe, dass es nicht nur Mucke ist, sondern auch Entertainment in jeglicher Form. So, und da ist das dann gewachsen und dann waren es ein, zwei, drei Anrufe und dann saßen wir zusammen. So ist meine Erinnerung. Im Frühjahr 2020 konnte sich niemand vorstellen, dass es in diesem Jahr nochmal möglich wäre, Veranstaltungen mit Publikum durchzuführen. Die Corona-Pandemie hatte das öffentliche Leben komplett lahmgelegt und schnell war den meisten klar, dass unter diesen Bedingungen kulturelle Veranstaltungen, Kneipenbesuche, Konzerte und viele andere Dinge nicht mehr wie gewohnt stattfinden konnten. Lebendige Orte, Menschen leer und all die geliebten Bars, die Clubs, das Theater, Cafes, einfach geschlossen. Aus dieser schwer zu ertragenden Ruhe und den ersten Lockerungen ist die Motivation entstanden, sich eben nicht unterkriegen zu lassen und ein Projekt ins Leben zu rufen und zu entwickeln, was trotz all dieser wichtigen Schutzmaßnahmen gegen Corona die Kultur, Livemusik und den Freudentau mit zurück nach Oldenburg bringt. Und so entstand am 12. Juni die Idee für Einfach Kultur. Hallo Yannick. Und zwar plane ich eine Open-Air-Saison, sag ich mal, dieses Jahr unter den gewissen Auflagen, die wir haben oder erfüllen müssen. Ich habe eine Bühne, das ist schon mal sicherer. Ich habe einen Namen. Dieser Name wird Einfach Kultur heißen. Mein Name ist Yannick Kirchner. Ich komme aus Oldenburg, lebe hier schon seit ein paar Jahren und mache hier verschiedene Projekte. Hast du das gerade auch schon, Yannick, gefragt? Der Mann der tausende Ideen. Ich sage es jetzt einfach, Macher. Macher, der eine Idee und dann gleich drauf los. Und das ist gerade in der jetzigen Situation auch total wichtig, dass man einfach jemanden hat, der mit Überzeugung in Projekte geht und sagt, ja, und ich gehe voran. Und der ist so ein Wiesel, also der wuselt überall rum, der steht nie still. Ich glaube, unser Ansatz war, als wir begonnen haben, das wirklich im Juli starten zu lassen. Und als wir darüber gesprochen haben, wann soll es eigentlich losgehen, haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine kleine Gruppe, die offen ist, wenn Anregungen kommen, wenn Leute sich beteiligen wollen. Aber wir brauchen eine kleine Gruppe, die schnell Entscheidungen trifft. Und irgendwie waren es dann die Leute, die bei dieser Ideenfindung dabei waren. Und so, da ist zum einen Matze und Tammo dabei von damals noch MPA aus der Umbaubar Linus, Alex und Bernd, die sich um den ganzen Gastro-Kram und Booking-Kram gekümmert haben. Jan Thier aus dem Ammer, der da ja auch schon lange Jahre Veranstaltungen macht. Genau. Und ich. Die ersten drei wichtigen Schritte, um das zu machen, ist, dürfen wir das überhaupt? Also all das Genehmigungszeug mit der Stadt. Das Zweite ist, wenn wir das dürfen, wer spielt da eigentlich und vor welchen Leuten? So, das sind die drei großen Sachen, die man klären muss. Und das haben wir relativ schnell und zeitnah lang geklärt, um loszulegen. Kommen wir wieder zu dem Punkt, wo die alle vor meiner Lagertür standen und wir das erste Treffen hatten. Jetzt können wir am Mittwoch verkaufen, wenn wir nochmal mit der Städte inkündigt haben und jetzt beim Mann kann er aber da haben zu sagen. Wenn wir jetzt durchgesprochen haben, welches Prozedel wir da abstreben, dass halt in den Verträgen und möglichen Schritten ja schon kein Mehrpunkt steht, dass das unter dem Vorbehalt ist. Da kamen auf einmal Leute zusammen, wo ich dachte, ich kenne doch schon eigentlich alle aus Oldenburg, zumindest vom Sehen. Ich kannte außer Bernd niemanden. Ja und Tammo halt, ne? Also das ist die Annika Mierke, kannte ich nicht. Jan Thier, kannte ich auch nicht. Linus, Alex, kannte ich nicht. Wo kam die auf einmal her? Ja, du musst ein bisschen gucken. Am besten nur auf dem Rand laufen, sonst muss das hier... Sonst bricht das halt nicht. Nein, das klickt nur immer hoch, oder? Fände ich nicht ganz so geil, muss ich sagen. Finde ich gut, dass sie da sind und können wir voll gerne probieren. Ich finde das Grün sieht hart nach Weihnachten aus. Also wenn das hier oben drüber hängt als einziges Deko-Element, stelle ich mir das Grün grad sehr prominent vor. Also das ist halt ganz normal, Fachbandkabel. Also ich finde das Grün ultra dominant. Man könnte überlegen, ob man das oben über die Bautschäune legt als Umkreisung. Ja. Und mit den schwarzen Strippen als Himmel übers Begriff. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen so. Die Situation war zum einen herausfordernd, weil Corona war. Aber sie war auch extrem gut, weil die Leute, die beteiligt waren, genauso wie die Gäste natürlich, nach drei Monaten Corona-Lockdown und kompletter Abschottung endlich mal wieder das machen konnten, wofür alle irgendwie brennen und Leidenschaft haben. Die Motivation war, wenn man es versucht, klappt es vielleicht. Wenn man es nicht versucht, funktioniert es garantiert nicht. Und ich habe elf Mitarbeiter, denen muss ich eine Perspektive bieten. Wir hatten durch dieses Grundstück und diesen logistischen Vorteil, dass unsere Firma direkt dieses Grundstück zusammen mit 81111 hat und quasi nutzen kann, hatten wir einen Standortvorteil. Also ich konnte auf der einen Seite die Mitarbeiter qualifizieren, motivieren, dort mitzuarbeiten. Ich konnte sie zu einem Teil aus der Kurzarbeit rausholen. Ich kann nicht sagen, wir haben jetzt Corona, geht nach Hause. Ich sehe euch in einem Jahr wieder. Ich muss die irgendwie beschäftigen. Oder irgendjemand. Einmal rumgehen. Alle Verbindungen. Ich mach das. Auch gucken, ob alle richtig rumgeflittet sind. Eins, zwei. Zack, 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 zack. Ich schiebe das hier. Ich schiebe das hier. Ja? Drei, zwei, eins, hüpp. Das war zu leicht. So viele Leute. Können wir nächstes Mal bitte wieder weniger Leute machen? Ja bitte. Das macht ja gar keinen Spaß mehr. So was muss man zu zweit bauen. Ich kann mit dem Platz raus. Ja. Sehr gut wieder. Ja, der ist wieder hinten. Egal. Ja, der ist wieder hinten. Kann ich gerade mal drücken? Kann ich gerade drücken? Ja? Jetzt nehm mal den Rappen und pack den einmal nach oben. Und so weiter. Nee, jetzt nach oben. Na, guck mal. Tenno hat die komplette Technik übernommen. Also wenn es um den FOH geht. Das heißt, die haben sich darum gekümmert, dass die Künstler oder die Bands gemischt worden sind. Das ist ja auch wichtig. Die Technik, die in der Bühne hängen, Licht, Ton. Und die haben ja auch wirklich 24 Stunden da irgendwie aufgebaut. Also gefühlt da noch ein Licht, da noch ein Licht. Also die gehen ja komplett auf in ihre Arbeit. Matze! Und ein Müder rüber müssen wir noch. Hast du ne Minute vielleicht für wahnsinnige Kräfte? Also erstmal ein Stück Richtung Kutuitarsmann. Ich spiele nicht aus! Ich spiele nicht aus! Zehn Zentimeter ungefähr. Wie viel? Fünf bis zehn Zentimeter. Sooo! Kleines Stück. Drei, zwei, ein Stück! Gut! Gut gemacht, ja. Jetzt muss ich nochmal kurz. Und jetzt muss ich mal rein machen, weil da ruhig zu kommen ist. Zack. Also als wir angefangen haben, und auch aufgrund der Kurzfristigkeit, war das irgendwie ein großer Batzen von Dingen, die organisiert werden mussten. Mein Gefühl war, wir haben einfach angefangen. Dann waren da ganz viele Aufgaben, die haben wir bestmöglich verteilt. Und dann ging es einfach los. Und ich glaube, man kann das ja so ein bisschen unterteilen. Also klar, so ein Teil der Leute hat sich darum gekümmert, dass wir irgendwie Bands ranbekommen, Künstlerinnen bekommen, die Lust haben bei uns zu spielen. Das war so ein großer Orga-Batzen. Und zum anderen dann die ganzen technischen Dinge, die geregelt werden müssen. Also wo können wir eine Bühne hinstellen? Welche Ausrüstung kann die Bühne haben? Wer organisiert all das? Und wie kommt die Info von der Band zu der Technik? Und dann die ganzen Rahmensachen. Also wo kriegen wir eine Toilette her? Wie viele brauchen wir davon? Genau, dann haben wir uns überlegt, wo können wir eigentlich ein bisschen Getränke, wo können wir Essen verkaufen? Wie viele Leute passen da auf Stühlen eigentlich hin? Wie ist das mit den ganzen Abstandsregelungen so? Also es ist ein relativ großer Platz, aber wie viele Leute passen eigentlich mit den Abstandsregelungen drauf? Und damit zusammenhängt, wie kaufen die Leute sich ein Ticket? Wie erkennen wir, wer eine Gruppe ist? Also es ist ein riesiger Haufen, der zusammen spielt. Und natürlich auch der finanzielle Aspekt. Also wie schaffen wir es, den ganzen Kram eigentlich zu bezahlen, den wir uns da vorgenommen haben. Also, wir fünf ihre muốn Informationen haben. Und natürlich eigentlich zu close Carmen Snow, seit alle Streichern begann. Stefan reductions ist wichtig, oder? Ihr befindet sie den ersten Kram. Hey Blastenscherangi, der kleine 1939! What Leute bauen uns hier in nur noch riegulos? Meine khi? In der CCW ist gestärkert. Find własger educator, oder? Die Fernseiden, das Empaterial! Das war's für heute. Ich glaube, wir haben uns am schwersten damit getan, uns miteinander auch und mit den Ämtern abzustimmen, wie das mit den Corona-Regeln jetzt eigentlich zu verstehen ist, wie wir dafür sorgen können, dass die Veranstaltung sicher ist. Und das merkt man ja erst dann in dem Moment, wie das funktioniert und ob der Plan wirklich aufgeht. Und ich würde schon sagen, dass die größte Herausforderung war, mit diesen neuen Schutzmaßnahmen irgendwie umzugehen und Lösungen dafür zu finden, dass die Leute trotzdem einen geilen Abend haben können. Weil ich glaube, natürlich kann man da eine Plexiglasscheibe aufstellen und so oder so kleine Barrees schaffen, wo die Leute für sich sind. Aber wir wollten ja, dass es trotzdem ein gemeinschaftliches Konzerterlebnis wird. Und ich glaube, da gut abzuwägen und immer wieder neu zu überprüfen, ob man die Richtlinien gerade richtig versteht, das ist schon eine große Herausforderung, weil sie letztendlich auch immer unsicher bleibt. Gerade läuft es eigentlich. Wir sind vier Tage vor der ersten Show. Soweit ist alles da. Es ist natürlich gut rumpelig, viel Chaos, viele kleine Sachen, die noch organisiert werden müssen. Aber an sich bin ich guter Dinge, dass das eine mega Aktion wird. Heute aktive Werbung am Samstag. Samstag, genau. Oldenburger Innenstadt. Wir haben uns bewaffnet mit Flyern und mit Sonnenschirmen. Oder mit Regenschirmen. Und werden Einfach Kultur jetzt an die Oldenburger bringen. Hallo Rheinburg, hier kommt Einfach Kultur. T-minus eine Stunde bis Einlass. T-minus eine Stunde bis Einlass. Ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt. Sehr. Ich bin wirklich gespannt. Hast du Bock? Ich habe schon seit vier Wochen Bock, aber gerade bin ich wirklich. Wenn die ersten zehn Leute hier sitzen, 20 Leute, dann ist alles gut. Jetzt gerade ist, I don't know, wird schon. Ist das jetzt einer oder wieviel? Zwei. Zwei mal zwei. Oh, dann haben die beiden weg. Ist doch schön. Jan, bist du eigentlich aufgeträgt? Äh, ne. Ne? Komisch, ne? Ne, ich bin nicht. Hast du aber Bock, dass es losgeht? Ja, das definitiv. Also, dass jetzt irgendwie der letzte Kabelbinder irgendwie angebracht wird, wieder den letzten Hocker da stellen und die ersten Gäste kommen. Das will ich einfach nur. Dann ist das genau das, was ich will. Signalisieren so, wir achten da drauf. Und weil wir es natürlich so machen, jetzt wo ich die Kamera da grad sehe. Genau. Mundschutz, Masken auch. Und gleich ein bisschen, um zu gucken, dass die Leute sich auch die Hände desinfizieren. Und wenn die Bauzäune gleich stehen, die können wir erst eine Viertelstunde aufstellen, machen wir noch die Abstandsregler in den Zwischenraum, damit die Leute auf der kompletten Länge anstehen. Auf der Bodenmarkierung. Genau. Und vorne stellen wir eh eine Seko hin. Also die Seko vorne beißt die Leute ein, sagt, hier halten es ein, bla 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 bla. Wir hängen, glaube ich, voll nochmal die Massenschutzschilder, diese Mona Lisa Dinger nochmal auf. Genau. Das macht es nicht besser. Ich werde nicht weniger nervös, wenn du mir eine Kamera ins Gesicht hältst. Was macht dich denn so nervös? Ich weiß es nicht. Lange nicht gemacht sowas. Wir hatten ja eine lange Downtime wegen Corona. Und jetzt geht es wieder los. Und alles sieht verdammt gut aus. Und alles sieht aus, als würde es verdammt gut funktionieren. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen, weil dann immer irgendwas Schreckliches passiert. Jetzt warten wir, bis was Schreckliches passiert und hoffen, dass das gar nicht erst eintritt. Matze, wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir? Hast du den ganzen Tag rumgehangen? Ja. Gut. Du musst mich gerade wecken, damit ich überhaupt noch hochkomme heute. Ich muss nicht was... Weißt du jetzt heute was? Witzig. Nee, bränsl! Nee, nee... Heutequé du bist mit der Höhe. Die waren yüz Geschenken. Bringing's dir nicht gut precio. Wir wollten uns nur einmal kurz bei allen melden. Vielen Dank, dass ihr alle hier seid, die letzten Tage so viel gearbeitet habt. Das ist wirklich großartig. Wir glauben, das wird ein mega geiles Event. Lasst uns ganz viel Spaß und Freude haben dabei, ein bisschen Konzerte zu machen die nächsten Wochen. Wenn irgendetwas ist, meldet euch bei Matze, dem gehört der Bums. Ansonsten kommen da hinten Gäste, ganz viel Spaß euch, einen geilen Abend und dann sehen wir uns nachher zum Suppeln. Ich glaube, wir sind uns alle bewusst in der Situation wir gerade stecken und wie die letzten drei Monate waren. Die ist das. Umso geiler ist es, hier oben zu stehen, in eure Gesichter zu gucken, auch wenn ihr gerade sitzt und irgendwie das Gefühl zu haben, in zehn Minuten geht es wieder los mit Live-Mucke und Konzerten. Das ist richtig krass. Es ist einfach Wahnsinn. Ich finde, das hat unglaublich gefühlt. Und umso krasser ist es, dass ihr euch Tickets gekauft habt, dass ihr hier seid und dass wir gleich zusammen zwei wunderbare Bands erleben können. Deswegen starten wir jetzt hier gleich im Anschluss mit der ersten Band von Einfach Kultur und zwar Letterboxd Salvation. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben halt im Vorfeld alle Hotelzimmer gebucht und eben gerade kam halt zum Vorstand, dass heute kein Hotelzimmer gebucht worden ist, aber auch aus dem Grund, weil für die Band kein Hotelzimmer vorgesehen war, laut Listiv, laut dem Booker. Jetzt stehen wir ohne Hotelzimmer für die Band da. Ich ruf mal bei Altaira an, ansonsten wäre mein Vorstand, ich will auch jetzt nicht zur Band gehen und sagen, wir haben kein Hotel für euch, wäre es okay, wenn ihr in 3-3-Bett-Zimmern steht. Weißt du, wir haben irgendwie Ablaufpläne, wir haben den kompletten Workflow irgendwie auf Papier gebracht und es wird einfach halbherzig bzw. gar nicht damit gearbeitet. Solche Fehler dürfen uns nicht passieren. Wo rufst du an? Altera Hotel, ob die noch Zimmer haben, weil da wo wir sonst buchen, die haben nur noch 3er-Zimmer frei und die sind teuer. Das waren schon wieder welche, die dachten, es geht 15 Uhr los. Die hatten ein Hardcover-Ticket, wo 15 Uhr Einlass draufsteht. Scheiße ist das. Machen wir jetzt 3er-Zimmer? Ja. Und dann sollen die sich einteilen? Kostet 300 Euro, ne? Irgendwie, ich hab das eingefragen, glaub ich, oder wie auch immer, da steht nichts drin. Und das ist der Punkt, warum ich das nicht gerne abgebe. Ja, jetzt ziehen wir den Booker-Ball vom Gehalten ab. 300 Euro. Diese Warteschleife, Scheiße. Moin, hier ist nochmal Janike hier von Einzelkultur. Äh, wir werden um die 3 3er-Zimmer nicht immer rumkommen, leider. Genau. Und das wäre toll, wenn das, genau, noch machbar ist. Das ist tatsächlich eine Ausnahme, aber solche Ausnahmen machen den Tag nicht geiler. Das ist einfach so. Also, das hat jetzt, kostet jetzt, weil es nicht vorzeitig geklärt wurde, 280 Euro. Die nachher dann nicht übrig bleiben. Relativ viele klassische Veranstaltungsherausforderungen konnten wir irgendwie umgehen, dadurch, dass das Team so multiprofessionell ist. Und aus jedem Bereich halt Leute da waren, die einfach dann ihren Job gemacht haben. So, dass man sich da um wenig Sachen kümmern musste, wo auch keine so veranstaltungstypischen Herausforderungen entstanden sind. Wir sind zum Teil sehr ähnlich, zum Teil aber auch völlig unterschiedlich. Und das war, glaube ich, auch wichtig für die Funktion des Teams, dass jeder einen gewissen Aufgabenbereich hatte, den er gut konnte. Und der ihm Spaß gemacht hat und den er verlässlich umsetzen konnte. Wenn es an mir geht, ganz ehrlich, würde ich gerne alles machen. Das geht aber nun mal nicht. Das geht nicht. Du kannst dich nicht für alles irgendwie aufopfern. Das geht nicht. Irgendwann ist auch mal Schluss. Und du bist, und ich, oder meine Wenigkeit ist schon so lange dabei, dass sie echt nicht mehr... Heute vor dem Konzert... Ich mach die Toiletten, sag mal. Heute vor dem Konzert. Das ist safe, weil ich es wichtig finde. Heute vor dem Konzert hat Jana zu mir gesagt, wann ich mal eigentlich nicht müde bin. Und ich hab's immer danach, oder während des Konzerts schon, dass das komplett vorbei geht. Das ist einfach viel Arbeit. Und jedes Mal, wenn das Konzert läuft und das so diesen Flow kriegt, den sie einfach hat, ist das alles weg. Ich bin jetzt viel fitter als vorher. Und deswegen, ich finde es okay, das zu machen und den Blick darauf zu haben, das irgendwie mitzuorganisieren, alles, was gerade nicht läuft. Ich finde es lohnt sich voll. Ich glaube, von der Person her sind Janik und ich schon so kleine Rampensäule. Hier ist das Gute-Launen-Event mitten aus Oldenburg. Einfach Kultur! Wir wollten auch eben sagen, Vorverkauftickets gibt es heute bis... 15 Uhr. 16 Uhr. Wir haben das verlängert. Bis 16 Uhr gibt es dann Vorverkauftickets. Schnappt euch die, die sind ein bisschen billiger. Wir verkaufen halt Erlebnisse. Also Erlebnisgastronomie und wie auch immer. Wie man das schimpfen will. Und ich bin zwar jetzt nicht so der Fan von, oder ich kann es nicht so rhetorisch halt flüssig reden. Das geht einfach nicht. Das kann ich nicht. Ich stotter viel und verhaspel mich und ach komm. Aber Janik hatte mich so, also finde ich schon, hat mich schon so ein bisschen an der Hand auch so genommen. Auch wenn er es nicht bewusst gesagt hat. Oder ich habe mich viel bei ihm abgeguckt. Natürlich bewege ich jetzt nicht meine Hände so wie Erma, weil er nervös ist. Ich habe den Eindruck, dass diese ganze Postreihe nichts mehr bringt. Das hat am Anfang voll viel Dynamik erzeugt. Und jetzt posten wir das. Keine neuen Worte dazukommen. In WZ muss das auf Ihrem Online-Kanal haben die so viele Leute, die sie erreichen. Aber statt da mal unsere Konzerte zu promoten und ein Angebot, was hier irgendwie ist, promoten sie oder erzählen von der Radfahrerunfreundlichen Hundebrücke. Hier ist ein Berichtsslot, der sagt nur, dass an der Zezilienbrücke nichts mehr passiert. Die Nachricht ist, da passiert nichts. Dieser Slot könnte sein, geile Kultur bei bestem Wetter, schaut da vorbei. Aber was schreiben wir? Auf der Zezilienbrücke passiert nichts. Bis 2023. Danke. Kannst du direkt live mal anrufen? Ich habe mal eine Frage. Wie? Wie schafft man das, bei der NWZ in die Online-Story reinzukommen, wenn das Studio B das schafft mit ihrem Hof 18? Du hast gesagt, die wird niemals anrufen, oder? Du hast gesagt, die wird sich niemals melden. So, pass auf. Hatten wir euch da noch nicht in der Story? Ich gebe das mal sofort an die Online-Redaktion weiter. Heute Abend kann man das sonst auch noch machen, wenn ihr Bock habt. Bitte. Bitte. Wie war das? Manchmal habe ich Angst vor diesem Mian. Das hast du gut gemacht. Danke. Das Wetter machen wir jetzt fertig. Wann haben wir das denn schon mal in der Räume? Irgendwetter. Nie. Nie. Nee, ist echt schön. Wir freuen uns. Es wird einfach schön. Die Jungs sind auch schon wieder fleißig. Es ist so echt heftig. Komm, plug and play. Unglaublich, was hier passiert. Was mir einfach Kultur bedeutet. Aber ich glaube, das kann ich sehr schlecht auf den Punkt bringen. Also einfach Kultur ist auf jeden Fall, glaube ich, die krasseste Scheiße, an der ich je mitgewirkt habe. Und es ist einfach genau der Grund, weshalb wir alle irgendwie, ja, uns im Leben für so ein Zeug hier entschieden haben. Sorry, Leute, wir haben noch einen Song. Wir haben gesagt, wir machen keine Zugaben. Wir sind Spätkaufparkgeber. Vielen lieben Dank. Noch mal Applaus für einfach Kultur, für die Technik. Danke. Wir fühlen uns sehr zu Hause hier, sowohl bei euch als auch bei der Technik und auch bei der anderen Acts. Das war großartig mit euch. Wir haben noch einen Song und der ist Champagne. Und da kann man mitmachen, ne? Kriegt ihr hin. Ja, sowieso. Vielen Dank. Ja, ja. Schau mir das Champagne, ja, 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 singin' in the rain, ja, 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 dealin' in uns game, ja, 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 money, money, rain, ja, 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 ja. Schau mir das Champagne, ja, 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 singin' in the rain, ja, 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 dealin' in uns game, ja, 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 money, money, rain, ja, 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 ja. Schau mir das Champagne, ja, 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 Wir sind ja eh eine Firma, die relativ viel, ich sag mal, Industrieproduktion betreut, begleitet. Und da haben die jetzt einfach mal sieben Wochen Crashkurs Live-Produktion mit Künstlern arbeiten. Nicht nur mit zwei, drei Künstlern, sondern mit großen Bands. Das war natürlich super. So viel Erfahrung hätte ich denen in drei Jahren sonst gar nicht beibringen können. Also gerade eigentlich allen. Alle haben davon profitiert, klar. Wir haben dir sowieso nicht zugehört. Was war jetzt gerade? Die Antragsunterlagen und weitere Informationen sind ab dem 7. September. Ja, für was denn? Für Musikfestivals können durch das Förderprogramm bis zu X erhalten. Veranstalter veranstalten Musikprogramm bis zu 800.000 Fördermittel dienen. Vor allem der Wiederaufnahme des Spielbetriebs auch alternative pandemiegerechte Kulturerlebnisse, sowie nachhaltige und barrierefreie Live-Musik-Formate. Du hast es so schnell vorgelesen, kriegen wir Geld. Das müssen wir beantragen. Und dann, das ist doch in unserem Staat so, dass wir Antrag stellen müssen und dann hoffen müssen. Nur der Staat ist in der Lage, eine gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt zu erzielen, indem er drauf zahlt. Das schafft nur der Staat. Das schafft keine andere private Unternehmung. Und in diesem Fall ist es so, dass die Zugänge für Kunst und Kultur geschaffen werden müssen. Denn ohne Kultur und ohne Kunst, in welchen Formen auch immer, Musik, Kabarett, Ausstellungen, Museen, das gehört alles dazu, wird die Gesellschaft verarmen. Die wird es intellektuell verarmen. So, wir müssen ja eh demnächst noch zusammensetzen und gucken nach, das Ende naht jetzt ja leider. Wir müssen ein bisschen Geld abzahlen. Ja, mir geht es darum, dass wir für nächstes Jahr planen müssen. Wir müssen das sowieso zusammensetzen, weil es geht ja weiter. Das geht ja weiter. Die Rechnung. Ja, wo muss ich es überhaupt hinschicken? Und dann für nächstes Jahr oder was? Ja, also rückwirkend werde ich glaube ich nicht. Aber man kann es ja versuchen. Vor allem dadurch, dass wir ein gutes Konzept haben und es umgesetzt haben, ist es glaube ich eine gute Möglichkeit zu organisieren, dass wir für nächstes Jahr auf jeden Fall Geld haben wollen. Pass auf, lass uns erstmal diesen ganzen Bums erstmal fertig machen und dann es hört mir keiner zurück. Schön, danke, dass du mir wenigstens zuhörst. Was ist denn das für ein unprofessionelles Stück, Karte? Kupfasch nicht? Ja, und dann tötet man es. Genau. Ist das Kupfasch? Nee, nicht mit dir. Wir sind gerade am letzten Tag von Einfach Kultur angelangt und heute ist somit der aller 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 letzte Tag. Jungs, schönen letzten Abend. Das kann von dem Volkskrieg. Ballern. Ballern. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich war mir, das glaubt mir vielleicht keiner, aber ich war von Anfang an überzeugt, dass das Ding nicht gegen die Wand gefahren wird. Ich wusste es. Ich wusste es wirklich. Weil ich gesehen habe, in diesem Meeting, wie alle miteinander kommunizieren, was für eine Power dahinter steckt. Also ich finde so etwas tierisch geil, wenn du dann nachher nach Hause kommst, nochmal eben auf dem Sofa sitzt und vielleicht auch dein Feierabend-Bierchen dann trinkst, obwohl du schon 20 auf dem Gelände getrunken hast. Und dann einfach nochmal Revue passieren lässt, was war denn das? Und das ist für mich einfach nur, man steht am nächsten Tag mit einer ganz anderen Energie auf und hat einfach nur Bock. Jeden Tag hat man Bock. Ja, also jetzt im Nachgang ist es wirklich faszinierend. Wir haben ja total verrückt mitten in so einer Ausnahmesituation über 20 Veranstaltungen. Wir haben es einfach gemacht. Wir haben einfach, auf einmal standen da die anderen Jungs vor meiner Lagertür. Wir haben uns zusammengesetzt und haben überlegt, wollen wir es machen? Ja. Und dann ging alles so schnell. Und das, so viele, wir hatten Glück, wir hatten die richtigen Gäste, wir hatten die richtigen Künstler und wir haben uns aus einer Gruppe zusammengefunden, die einfach in dem Moment gepasst hat. Und dass das alles dann über sieben Wochen hinweg so reibungslos und gut funktioniert hat, da habe ich immer noch Gänsehaut. Das ist immer noch total schön und das hat mich bis zum Ende dieses Festivals begleitet. Also ob das auch ohne Corona geklappt hätte, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube auch vor allem deswegen, weil ich sowas ja noch nie gemacht habe. Also irgendwie ja mit so diesem Veranstaltungs- und Konzertding noch nie was am Hut hatte vor Einfachkultur. Ich glaube generell wäre das in Oldenburg schwierig gewesen, weil es etablierte Formate gibt, die die Leute nutzen, wo sie ganz klar bestimmte Dinge konsumieren, auch schon seit Jahren, Jahrzehnten und das gewohnt sind und auch weiter wollen. Ich glaube, für ein neues Format könnte das schwierig gewesen sein, ohne so einen speziellen Fall wie jetzt gerade mit Corona. An sich glaube ich aber immer daran, dass man sowas auch unter allen anderen Bedingungen machen kann. Und das war, glaube ich, der Antrieb für alle und jetzt auch der Antrieb, um weiterzumachen. Also man muss schon Ideen haben und dann kommen wieder vielleicht ganz zum Anfang zurück, dass du dann vielleicht auch solche Leute brauchst wie Yannick und wie Janti, die einfach sagen, ja wir machen einfach. Ja, okay, wir machen einfach, du hast geile Ideen, wir packen einen Rahmen drumherum und helfen uns gegenseitig, ja sowas auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, dann haben wir den Kreis geschlossen zu dem Thema. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020